Hallo, mein Name ist Lucia. Ich bin 56 Jahre alt, von Beruf Versicherungskaufrau. In meiner Freizeit mache ich gerne und viel Sport. Ich gehe gerne in die Oper und ich kaufe leidenschaftlich gerne ein. Eine Shopping-Spezialistin also heute hier bei uns im Personalshop. Dann wird unser Motto ja ein leichtes für dich sein, Lucia. Du darfst nämlich einkaufen zum Thema Nachmittagscafé mit Freunden in der City. Von uns gibt es 250 Franken und 15 Minuten Zeit. Los geht's! Lucia sieht sich als erstes bei den Pullovern um. Was ist dir denn wichtig? Es muss bequem sein und schön. Und ich liebe den Zwiebellook, weil man ist immer vorbereitet. Ja, gerade beim Nachmittagscafé, wo es mal sonnig, mal bewölkt sein kann, ist dein Zwiebellook sicher keine schlechte Idee. Schau dich doch mal bei den Oberteilen um. Was brauchst du denn? Das schaut toll aus. Na dann, mitgenommen und weiter geht's zu der Auswahl der perfekten Hose. Diese soll natürlich optisch ein Highlight sein, aber auch angenehm zu tragen sein. Die schaut auch ziemlich bequem aus. Jetzt brauche ich noch meine Größe. Oh, perfekt. Das passt. Toll. Für meinen Zwiebellook brauche ich auch so eine Jacke, aber so eine Farbe habe ich schon. Vielleicht in hellblau. Wow. Du gehörst schon mir. Drüber bräuchte ich noch einen Pulli, so was, was zum Allen passt. So schön, grau, bisschen Glitzer. Hm, den nehme ich auch mit. Und für die City brauche ich noch bequeme Sneaker. Auch bei den Schuhen folgt der Shopping-Experten-Check. Die schauen toll aus. Jetzt noch meine Größe, die richtige. Jetzt der Blick im Detail. Wir schauen, was du dir ausgesucht hast. Ich habe mir ein wunderschönes, hellblau Polo ausgesucht. Ist sportlich und wirkt aber trotzdem elegant. Einen herrlichen, leichten Pulli mit ein bisschen Glitzer. Das habe ich besonders gern. Eine sehr bequeme Hose, stretchig. Bietet viel Bewegungsfreiheit. Toller Stoff. Eine wunderschöne, hellblaue Windjacke, Steppjacke. Die fühlt sich ganz, ganz toll an und schützt mich vor dem Wind. Und ganz bequeme Sneakers. Da gehst du wie auf der Watte. Es wird spannend. Jetzt wird probiert, ob deine Auswahl auch stimmig ist und passt. Aber hallo, schaut aus wie aus dem Katalog entsprungen. Steht dir ausgezeichnet, liebe Lucia. Wow, toll. Super bequem und das Muster. Du hast das Motto Nachmittagscafé in der City bravourös gemeistert. In der vorgegebenen Zeit, mit dem vorgegebenen Budget und es steht dir auch noch gut. Alles Liebe und viel Freude mit deinem neuen Outfit. Das ist mein Einkauf. Ich habe genau das Richtige für mein Motto gefunden. Und jetzt freue ich mich schon aufs Anziehen.